Die Orkney-Inseln. Auf der Hauptinseln in dem Städtchen Kirkwall liegt die nördlichste Pernerei Schottlands, die Highland Park Destillerie. Die eingeweichte, gequollene Gerste wird, wie schon vor mehr als 200 Jahren, auf speziellen Melzböden ausgebreitet und zum Keimen gebracht. Die Highland Park Destillerie ist eine der letzten, die heute noch selber in der eigenen Tennenmelzerei melzt. Ian Tate wendet diese Gerste seit 33 Jahren mit der großen Holzschaufel und das alle acht Stunden. Wenn das Getreide zu heiß wird, fängt es an auszutreiben und der ganze Stärke, Zuckergehalt der Gerste, den wir später ja noch brauchen, geht in die grünen Triebe. Das wollen wir vermeiden. James McConaughey schürt ein einzigartiges Feuer. Den ersetzte im Torf aus dem nahegelegenen Moorgebiet eine ganz besondere Komponente zu. Das dickschwadige Torfeuer lodert und entwickelt einen beißend scharfen Rauch. Der zieht durch den typischen Pagodenofen nach oben auf den Darboden. Ich befeuere den Ofen zusätzlich mit Wurzeln des Heidekrauts von den Orkne-Inseln. Das gibt dem Malz dort oben sein einzigartiges, rauriges Aroma. Nach ein paar Tagen wird es gemahlen und in großen Bottichen mit Wasser vermischt. Die Würze aus den Maischetonnen wird anschließend in Gärbottiche geleitet. Brian Furst setzt Hefe zu, dadurch wird der Gärprozess gestartet. Der vergärte Most wird nun in kupferne Brennblasen geleitet. Erwünschte Bestandteile werden in den Hochdruckkesseln von Unerwünschten getrennt. Der Reinheitsgehalt des Alkohols durch zweimaliges Destillieren optimiert. Wir sind im Herzen der Destillerie. Hier werden Temperatur und Alkoholgrad überwacht, um einen wirklich hochwertigen Whisky zu gewinnen. Der folgende Reifeprozess in den Eichenfässern ist von entscheidender Bedeutung. Nach und nach verbinden sich die Aromastoffe des Destillats mit denen des Holzes. Wir haben zwei Arten von Fässern, amerikanische und spanische Eiche, die vorher mit Bourbon und Cherry gefüllt waren. Der Whisky muss mindestens drei Jahre in den Fässern reifen. Die typische Farbe bekommt er dann vom Holz der Fässer. Farbe, Geschmack und die traditionelle Handarbeit bei der Herstellung überzeugen Whisky-Freunde und Kenner auf der ganzen Welt gleichermaßen. Bei den diesjährigen World Spirit Awards in San Francisco wurde Highland Park als Destiller of the Year ausgezeichnet. Und von den kleinen Orkney-Inseln aus tritt er nun seine Reise um die große Welt an. Der Highland Park Single Malt Scotch Whisky. Der Highland Park Asset Gitions G ہ Deselle